So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und auch wenn es ein bisschen spät ist, trotzdem ist es ja am Freitag, ich glaube am Freitagabend, Donnerstag, nee Freitagabend wurde schon das Januar Event Kalender Update veröffentlicht. Leider findet man das nicht auf den offiziellen Pokémon Go Blog Post Dings, wo ich immer die News mir dann raussuche und euch zeige und vorlese, wo das alles schön übersichtlich ist und auf Deutsch. Das ist wieder so halt so eine Infografik, die halt dann immer ein bisschen unübersichtlich ist, aber irgendwie gleichzeitig doch übersichtlich, aber halt alles Englisch und meistens sind da immer noch lauter Fehler drin. Ich bin jetzt hier am Dienstag, weil ich dachte während der Feiertage, nee, ich habe keine Zeit, ich war nicht zu Hause, ich konnte nichts machen. Montag habe ich lieber erst mal Max Out Monday gemacht, machen wir uns gar keinen Stress. Heute Dienstag möchte ich aber trotzdem das noch nachholen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben und für die, die es mitbekommen haben, dass ich auch trotzdem meine persönliche Meinung dazu sagen werde, worauf ich mich im Januar freue und was meine Ziele im Januar sein werden. Ich habe sie nun geschafft bei den Ritter der Redlichkeit, also Viridium, Cobalium, Terrakium, alle drei als hundertprozentige zu bekommen. Terrakium ist schon gemaxed, Cobalium haben wir gestern gemaxed, Max Out Monday, Viridium habe ich dann noch durch den Tausch nachträglich erhalten, weil es beim Rating nicht geklappt hat. Das Ding ist jetzt abgeschlossen, das heißt, das Legendäre mit den meisten XL Bonbons, was ich jetzt habe, ohne einen Hunderter zu haben, ist Regie-Eist. Die ganze Zeit habe ich Regie-Eist getauscht, jetzt würde ich Regie-Eist weiter tauschen und was sehe ich in unserem Januar-Update? Regie-Eist in Raids, oh mein Gott! Das heißt, ich würde im Januar Regie-Eist-Raids machen, auch wenn alle sagen, ach nö, den braucht kein Mensch mehr. Ich freue mich auf die Eistonne, denn ich habe die anderen Regies auch alle als Hunderter. Regies-Deal, Regie-Rock, sogar Regie-Gigas, da habe ich sogar vier, das war richtig brutal, aber Regie-Eist ist der einzige von den Tonnen, der mir fehlt als Hunderter. Ich werde natürlich weiterhin die Lucky-Trades damit machen, aber ich brauche sowieso noch ein paar XL und vielleicht in der Raid-Stunde, in der Raid-Mania kommt vielleicht das letzte, das Hunderter, das, was noch fehlt für die Sammlung. Das wäre auf jeden Fall episch. Ja, Januar, was hat der Januar aber trotzdem an sich so zu bieten? Wir gucken jetzt einfach mal hier drauf, die Fünf-Sterne-Raids, weil das ist das Wichtigste, worauf die Leute immer geiern, was die immer wissen wollen. Wir hatten zwar Recht, dass Kyurem im Dezember kommt, haben wir so gesagt, ich denke mal so Kyurem-Hitran, was kommt dann im Januar? Naja, wenn Kyurem da ist, wahrscheinlich Hitran, was ist los? Kein Hitran, keine Heatran-Raids, kein Hitran am Start. Aber jetzt ist ja schon angekündigt zum Jahreswechsel, dass Rigi-Raam in die Raids kommt und wo Rigi-Raam ist, ist auch Sekrom nicht weit. Das heißt, zum Neujahrsevent, was am Silvesterabend startet, kommt Rigi-Raam schon direkt rein und wird dann am 10. Januar von Sekrom abgelöst. Hier steht also 1. Januar bis 10. Januar Rigi-Raam mit seiner neuen Feuerattacke, die wohl halt sehr mächtig und brutal ist. Ich glaube, damit steigt das Ding nochmal weiter auf. Vom 10. bis zum 18. Januar Sekrom, auch mit einer neuen Elektroattacke. Wenn man das hier, Set-Nose-Fusion-Bold steht da, Fusion-Bold. Da wisst ihr genau, was los ist. Also zwei sehr nützliche, legendäre Pokémon, die auch in Shiny verfügbar waren, auch wieder verfügbar sind. Wo man gerne mal ein paar Raids machen kann. Da müssten sich die meisten drauf freuen. Ich bin mit beiden eigentlich fertig. Ich habe meine 50er in 100%. Deswegen würde ich da weniger machen und könnte mich auf die zweite Hälfte konzentrieren. Wie gesagt, 18. bis 25. Rigi-Eis. Obwohl ich bei dem eigentlich nicht so viel raiden möchte. Ich glaube, ich werde machen, bis die restlichen XL voll sind. Und dann weiter Lucky-Trades machen. Und dann kommt vom 25. bis 1. Februar Kaburiki. Hier steht jetzt Tabu-Koko, aber wie gesagt, das ist Englisch. Hier sieht das Shiny-Symbol total anders aus, weil euch das jetzt also vermitteln soll. Shiny, 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 aber ist nicht neu. Shiny ist neu. Das allererste Mal als Shiny da. Wir hatten Kaburiki schon. Ist Elektro. Elektro finde ich sehr nützlich. Immer genial. So oft kannst du Elektro einsetzen. Deswegen Kaburiki, finde ich, ist eins der nützlichsten. Kabus. Jetzt eben neu als Shiny da. Da werden sich manche freuen, die das Shiny handeln wollen. Ist ein Pokémon, was mir in 100 fehlt, weil ich beim ersten Auftreffen natürlich kein 100er gehandelt habe. Könnte ich also vermehrt Kaburiki-Rades machen. Rigi-Eis, nur die XL voll und bei Kaburiki mal ein bisschen mehr. Denn da fehlen mir viele XL. Da brauche ich noch das 100er. Und da brauche ich auch das Shiny. Und jetzt, wo das Shiny da ist, kann man auch mal mehr raiden. Deswegen bin ich davon abgekommen, beim ersten Auftreten viel zu raiden. Weil du ja auf der Suche nach dem Shiny eh meistens viel raiden musst. Und dann kannst du alles kombinieren. Was ist euer Liebling aus diesem Vierer-Set? Ich glaube, meins ist sogar Kaburiki. Weil das halt für alle was Neues bietet. Aber in der Hinterhand freue ich mich trotzdem auf Rigi-Eis. Mega-Raids. Im gleichen Zeitraum, wie Regiram da ist, ist auch Mega-Starlos da. Ist jetzt nicht so brutal und nützlich irgendwas. Ich glaube, ich habe den noch nie genutzt, um zu kämpfen. Ich habe den nur mal entwickelt, um Bonbons zu boosten. Aber ansonsten nichts. Also 1. bis 10. Januar. Mega-Starlos. Wer da noch Mega-Energie braucht, damit er mal eins wenigstens entwickeln kann. Wer das bisher verpasst hat, kann das gerne nutzen. 10. Januar bis 18. Januar. Solange wie Sekrom da ist, ist hier Fragezeichen dran. Wir wissen also noch nicht, welches Pokémon da kommt. Muss ich mal kurz hier unten rumschauen. Gleichzeitig ist da ein Twinkling-Fantasy-Event. Irgendwo wurde doch gesagt, dass ein Drache jetzt reinkommt noch als Mega-Entwicklung. Wird es dazu passen, dass zu Sekrom Mega-Brutalanda kommt? Das wäre auf jeden Fall mega-brutal. Und einer der heftigsten Mega-Raids wahrscheinlich bis jetzt. Aber wir wissen es noch nicht. Da stehen nur Fragezeichen dran. Vielleicht Fantasy-Event. Vielleicht ist es auch Mega-Gadobor. Oder sonst was. Was denkt ihr, was für ein Mega-Pogbon wird kommen? Zwischen 10. und 18. Januar. Solange Sekrom da ist. Dann habt ihr 18. bis 25. Januar. Solange wie Regiais da ist. Natürlich nochmal Mega-Schlappohr. Den habe ich oft genutzt jetzt, um bei Viridium, Terrakium und Kobalium mehr Bonbons zu bekommen. Das ist zwar Typ-Normal, aber in der Mega-Entwicklung hat er ja den Kampf-Typ noch dazu. Wenn ihr als so ein Level-3er Mega-Schlappohr entwickelt habt, konntet ihr mehr Bonbons für Kampf-Pogbon bekommen. Und so habe ich schön XL gefarmt für die drei Ritter der Redlichkeit. Also hat schon einen Nutzen irgendwo. Vielleicht kann man sogar einfach mitkämpfen. 25. bis 1. Februar dann hier auch Mega-Aero-Kacksprühe. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ist, glaube ich, bisher auch nur einmal da gewesen. Also wer da noch was braucht, sollte da auch zuschlagen. Also ganz passabel. Ich freue mich natürlich auf den neuen Mega-Raid-Boss. Werde wieder versuchen, da ein Community-Raid zu machen. Energie zu sammeln, dass ich ein männliches oder ein weibliches entwickeln kann. Vielleicht ein 100er oder ein Shiny. Und dann habe ich wieder alles abgeklappert. Raid-Stunden. Jeder von denen wird genau eine Raid-Stunde bekommen. Raid-Stunden sind wie immer natürlich Mittwoch, 18. bis 19. Uhr. Jeden Mittwoch ist eine Raid-Stunde. Von 18. bis 19. Uhr ist eigentlich an jeder Arena dann ein Fünfer-Raid dran. Wer also Probleme hat, irgendwie Raids zu finden tagsüber oder sich immer verpasst mit anderen, weil die einen sind in der Frühschicht, die anderen sind in der Schule. 18. Uhr Mittwoch hat man immer die Möglichkeit vielleicht, sich mit ein paar Leuten abzusprechen. Ey, ich mache dann drei, vier Raids. Kommt ihr mit? Treffen wir uns dann? Machen wir eine kleine Runde? Dafür bietet sich die Raid-Stunde an. Oder wer halt vor Ort niemanden hat, dass der sich in den diversen Gruppen zwei, drei Leute mal raussucht, die sagen, sie würden gerne ein paar Raids machen, haben aber keine Mitspieler, dass sie sich für die Raid-Stunde verabreden. Dazu bietet sich natürlich auch der Fan-Chat an. Link in der Beschreibung. Dafür bietet sich die Raid-Gruppe an. Link in der Beschreibung. Da findet ihr immer Raid-begeisterte Leute. Und wo ihr in kleinen Grüppchen euch dann auch gegenseitig einladen könnt. Auch außerhalb der Raid-Stunden. Also jeder kriegt seine Raid-Stunde. Das ist super. Werde ich natürlich von allen machen. Die mit Kaburiki wird am wichtigsten sein. Weil da brauche ich noch ganz viele XL. Und da brauche ich auch noch das 100er. Und da brauche ich auch noch das Shiny. So. Spotlight-Stunden. Fünf Spotlight-Stunden, die aufgeteilt sind. Hier. Am 3. Januar gibt's Alola Sandan. Mit zweimal Entwicklungs-EP. Kann natürlich scheidig sein. Am 10. Januar gibt es. Wie heißt das Ding? Flauschling. Mit zweimal Fang-Sternenstaub. Also für das Fang der Pokémon gibt's mehr Sternenstaub. Wenn ihr noch Sachen im Quest-Stapel habt, die mehr geben. Nutzt die da. Hol die da raus. Am 17. Januar gibt's Samurzel mit zweimal Fang-Erfahrungspunkten. Fang-EP. Am 24. Januar gibt's Zappladin. Mit zweimal Fang-Bonbons. Also ihr kriegt die doppelten Bonbons beim Fang. Hier ist ein Shiny-Symbol dran. Obwohl das bis jetzt noch nicht als Shiny da ist. Wird also vorher in einem Event vielleicht eingeführt in dem Zeitraum. und ist natürlich dann auch in der Spotlight-Stunde. Was ist denn hier? 24. Januar. Sehe ich aber jetzt. Ja gut. Vom 19. bis 23. Januar ist ein Luna-New-Year-Event. Vielleicht wird das da Shiny eingeführt und hat dann natürlich noch seine Spotlight-Stunde. Das würde dazu passen. Luna-New-Year, also Mond-Neujahr. Mond-Neujahr, Zappladin. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Und dann habt ihr noch am 31. Januar, ähm, Edezeber. Mit zweimal Verschick-Bonbons. Auch Shiny möglich. Da würde ich mich ja meist natürlich auf Zappladin freuen. Weil es eben neu als Shiny da ist. Und man durch die erhöhten Spawns das mitnehmen kann. Auch sonst eher selten. Zappladin, ich glaube, siehst du das ganze Jahr über nicht. Also Zappladin würde ich immer mal ein bisschen mitnehmen. Dass man das durchentwickeln kann. Zwei andere hier haben schon C-Day gehabt. Oder findet ihr auch so öfters mal. Gerade Edezeber ist sehr oft als kostümiertes Event-Pokémon da. Da sollte man genügend Bonbons haben. Und die anderen haben auch meistens nur zwei Stufen hier. Also die erste und die zweite. Zappladin hat komplett drei. Braucht ihr also mehr Bonbons. Was ist eure Lieblingsstunde? Vielleicht die mit dem doppelten Staub und Flauschling. Meine ist Zappladin. Einfach so. Wegen dem Shiny. So. Der Feldforschungsdurchbruch ist ja die ganze Season gleich. Die ganzen drei Monate habt ihr eins von sechs Pokémon hier drin. Und die meisten werden es natürlich auf Galapandimos abgesehen haben, da eins zu bekommen. Weil das eben auch neu als Shiny da ist. Gab es aber jetzt auch bei diversen anderen Sachen. Beim Hoopa Raid Day um die Arena rum saß das plötzlich dann wild nach einem erfolgreichen Kampf. Dann haben wir das jetzt wieder aus den Winteraufgaben. Ein bisschen bekommen aus dem, aus dem, aus der begrenzten Forschung hin und her. Also das ist zwar neu, aber das ist halt nicht nur da drin. Deswegen hat man doch gute Chancen da ranzukommen. Und generell, was gibt es noch für Events? Jetzt haben wir nämlich alles abgeklappert. Außer das. Das finde ich nämlich immer am schwierigsten. Vom 31. Dezember bis 4. Januar gibt es also das Pokémon Go Neujahrsevent. Dazu habe ich schon ein extra Video hochgeladen. Am 7. Januar ist der normale Community Day. Habe ich schon wieder vergessen. Mit was das ist. Ach, der war mit... Mit irgendeinem Starter, genau. Mit... Igamaru war es, glaube ich. Der Pflanzenstarter. Igamaru Community Day. Also am 7. Januar. 10. bis 16. Januar. Dann dieses Twinkling Fantasy Event. 14. bis 15. Januar. An dem Wochenende ist das Go Battle Wochenende. Steven Stone. Steven Stone. Steven. Steven. Steven Stone. Gibt es wahrscheinlich wieder von irgendeinem Typ irgendwelche Klamotten und Handschuhe zu gewinnen. Und was weiß ich. Meistens gibt es da auch eine Top-Lade-TM recht einfach zu erwerben, wo man nur ein bisschen kämpfen muss. Würde ich also auch im Auge behalten. Dann 19. bis 23. Januar. Eben dieses Mond-Neujahr-Event. Und 21. Januar. Der Community Day Classic. Wo jetzt schon alle denken, dass das bestimmt Rattini sein wird. Oder warte, nee. Warte, Tratt... Nein, Rattini war ja schon jetzt. Moment, ich meine natürlich, äh, Lavita. Denken alle, Lavita kommt. Hey. Vor allem, weil ja hier irgendwas mit Stein noch davor steht. Das muss nichts zu bedeuten haben. Und dann am 27. Februar bis zum 5... Ach, 27. Januar bis zum 5. Februar ein Crackling-Voltage-Event. Das klingt auch wieder irgendwie nach Elektro und nach Strom. Aber Zap-Ladin kommt ja schon am 24. vor dem Event. Sonst würde das hier gut reinpassen, wenn sie das vertauscht hatten. Crackling-Voltage. Also, Regi-Eis, Kaboriki, neuer Mega-Raid-Boss. Das ist alles mein Favorit. Darauf freue ich mich. Worauf freut ihr euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Und Dankeschön nochmal an den Typ aus der Kommentarsektion, der gesagt hat, drück doch mal F11 auf der Tastatur. Dann wird der Bildschirm größer. Denn normalerweise, jetzt bin ich auf dem falschen Bildschirm im Moment, normalerweise habe ich immer so aufgenommen. Dann hat er gesagt, drück mal F11. Dann wird das doch größer und die Balken gehen weg. Und deswegen kann ich das jetzt so aufnehmen. Richtig genial. Danke dafür. Das weiß ich doch nicht. Woher denn auch, ne? Wir hatten doch nichts früher. Aber bevor man so aufnimmt, nimmt man jetzt so auf. Sieht auf jeden Fall besser aus. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt rein. Worauf freut ihr euch? Was braucht ihr noch? Ciao.